Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Assassin's Creed Es ist jetzt so gesehen eine Woche her, wo ich jetzt ein bisschen gespielt habe. Inzwischen kam ja ein Patch, der so ein paar Bugfix gebracht hat. Wo waren wir eigentlich stinken? Ich wollte glaube ich jetzt um diesen schreien. Stimmt, ich wollte ja hier hin. Kurz das Verkleidung wieder abnehmen und ab geht's, würde ich sagen. Ja, ich hoffe die Folgen, die wir jetzt rausgekommen sind, kommen bei euch gut an. Also ich hoffe es zumindest. Klar in den manchen Aufnahmen ist es halt ein bisschen ruckelig. Sieht aber daran und die Grafigkeit ist etwas zu schlecht. Aber gut, ist halt egal. Da muss mir irgendwann mein neuer Hund. Na komm. Da ist ne Krähe. Die badet. Ah ja. Äh, noch 18 Meter. Wir klettern hier erstmal schön am Morgen. Erstmal hier hoch. Ach. So. Schon sind wir hier. Wir sind mit der Kampagne schon ein bisschen gut vorangekommen. Aber ich glaube, das wird sich noch, ähm, hart noch ziemlich ziehen. Ah. Ein Buch. Neue Fähigkeit. Ähm. Geburtsrecht. Ähm. Kapitel 4. Der junge König Harald ruft Nordwins Clans zu den Altingen in alle Köstinen zu sammeln. Begib dich nach alles. Alles klar. Das scheint glaube ich so. Ach ja. Das ist ja die Quest. Die wir ja machen müssen. Aber wir hatten nur Fähigkeiten. Ne Quatsch. Hier. Ach stimmt ja. Wir haben jetzt ein Siegel freigeschaltet. Ähm. Jo. Ist, ist halt relativ ähm, interessant. Ich sag, legen wir auf die Eins. Denk mal, das können wir. Oh. Alles klar. Ob man da ins Wasser springen kann? Aua. So. Und. Jetzt sind es hier, glaube ich, noch so ein paar Schätze, die wir noch mitnehmen können. Ach, halt, das ist ja Geburtsreis, da müssen wir auf jeden Fall mal weitermachen. Können wir auf jeden Fall machen. Oh. Da. Lesen. Ein Brief von Godom, dem Weißen. Ich bin Godom, du weißt, wer ich bin. Einige nennen mich den Jäger. Ich spreche im Namen meines Neffen, König Harald. Ein starkes, vereintes Norwegen liegt ihm am Herzen und darüber möchte ich mit dir reden. Ich lade dich hier mit einer eigenen großen Halle ein oder kann, wenn dir das eher genehmigt ist, zu dir kommen. Ja, ja, aber... Truhe öffnen. Oh. Das ist, glaube ich, wieder... Ich habe ja mal die Axt. Ich glaube mal 70. Wir hätten die große... Die hat auch 70 halt. Hm. Aktuell... Wir nehmen die jetzt... Wir nehmen die jetzt einfach... Ähm... Gehen nochmal zurück. Ähm... Wir werden... Ausrüsten, den Schild. No. Mal gucken, wie das Teil ist. Bräuchte ich halt ein Gegner. Ähm... 3500 Meter werden diese Richtung. Ich muss mich erstmal gerade ein bisschen zurechtfinden. Wo bin ich denn überhaupt hier? Da. Wir können zwei Sachen machen. Hier müssen wir hin. Drei Sachen, gucken wir mal. Ich war doch hier oben gewesen. Oder geht's noch höher? Nö. Na ja, oben war ich... Da oben war ich schon auf jeden Fall. Also kann ich eigentlich den Punkt halt weg machen. Halt. Ach, Markierung. So. Ähm... Gehen mal hier rein. Stimmt ja, wir hatten ja... Ähm... Aber so krass, denke ich mal, wird's auch nicht. Oh. 200 Meter noch. Halt. War hier offen? Tatsächlich war hier offen. Hallo. Schönen guten Tag. Auf jeden Fall gibt's hier Essen. Viel. Was gut ist halt. Ja, mittlerweile habe ich jetzt auch der Tastatur gefunden, wo man ausweichen kann. Habe ich auch mal eher nachgucken können. Weil ich glaube, in den letzten Folgen war das nicht so, dass ich das gefunden habe. Aber diesmal schon. Gibt's aber jeden Ranges da auch. Na gut, nicht ganz jeden Ranges da. Ah, der Kopf ist voll. Wo war denn der Punkt eigentlich? 120. Weeeeee. Ich finde das gut, dass er sich so verkleiden kann. Erinnert mich so an den alten, ist das in Sküteilen halt. Wo du halt, ähm, in die Stadt musst halt. Auf verschiedenen Wegen. Ein Weg war ja halt, da konntest du dich halt, äh, verkleiden. Oh, hallo Schweini. Bisschen kleines Muppelchen. Oh, Hühner. Gut, dass die Schweine immer so... ...drin bleiben. Also halt, nicht hier abhauen. Oh. Spring rein. Ah. Oh, was haben wir denn da? Oh, ein Artefakt. Das kann dieses Artefakt. Tasche. Und Kleeblatt. Verworfenen Bogen. Aber den Bogen hatte ich, ähm, vorhin kurz getestet. Ähm, also halt, kurz getestet, wie die Performance sind und so sind. Ist halt relativ gut. Mal Zeit, nochmal zwei Stück. Da, lesen. Jäger des prächtigen Silbers. Ästlich von Alskatea wird der Hort aus den Augen des Berges Torgath auf dich herabschauen. Er widert seinen Blick und holt dir diese Belohnung. Äh, ja. Das Sprechen üben wir nochmal hier. So, haben wir das. Ähm. Es ist halt, glaube ich, weiß nicht so ganz, wie ich da reinkomme. Bei diesen anderen Sachen. Aber wir müssen auf jeden Fall dann den Geburtsrecht noch weitergehen. Hm. Ich bin da überlegen, ob ich halt die Folgen halt, äh, halt zwar kürze. Also ein bisschen kürzer halt. Ja, weil der Kampf. Oder halt ein bisschen länger machen. Das weiß man nicht so ganz genau. Mal gucken. So. Wir sind jetzt gleich da. Äh, gut. Gleich da. Er ist fast unlecker. Aber egal. Und zwar müssen in dieses Haus rein. Hm. Da ist die Kiste. Ich hatte hier schon einiges abgesucht. Irgendwas hat es hier mit diesem Seil auf sich. Aber auch. Naja. Gut, man könnte es vielleicht ran. Wenn man das da oben sieht, ist es eigentlich alt. Äh, mach die. Ach, die Nahrung ist voll und... Ein Kohlebarren. So, wir haben wieder ein Kohlebarren. Das heißt, wir können wieder, ähm, Sachen schmieden. So, jetzt müssen wir eigentlich so weit, glaube... Oh, hier muss ich halt eine empfohlene Stärke... von 280 Jahren. Heißt, wir könnten mal hier hingehen. Bisschen weiter Weg, aber... Ich denke mal, das werden wir ein Wein kriegen. He? Simon hat noch was. Alles klar. Weiß nicht, ob zu Fuß da hoch... Wäre ein bisschen... Krass, der Weg. Aber wir müssen da hoch. Ist hier noch was drin? Plündern. Ich lasse mich... Ich lege... Man, dieses... Es plündert manchmal. Äh, ach ja, hier war ich schon. Würde ich sagen, auf zum Schiff. Falls das Schiff noch hier ist. Aber nicht von hier aus angegriffen. Ne, Tatsache. Äh, äh. Ich habe jetzt mein Pferd gerufen. Ah, hallo. So. Wir müssen auf jeden Fall einen Weg jetzt nach da oben finden. Aber ich glaube, mit dem Pferd sind wir um einiges schneller. Komm. Renn. Ah ja, es ist so schön einfach. ich glaube ein pferd kommen wir hier nicht weit ja ich soll mich nur halt kurz hier hinbringen es sieht halt dennoch halt trotz meiner grafik einstellungen recht geil aus da kommen ich weiß nicht ob das überhaupt geht oder zu fuß gehen sollen aber warum nicht na komm das schaffst du nicht komm ferdi gib gas das ganze lasagne raus dir also funktionieren tut das dein arme pferd muss sich anstrengen um nach oben zu kommen und war ist halt ein kleiner ritt ja wir haben es ja bald geschafft am höchsten punkt dann sehen wir natürlich ein bisschen mehr da müssen wir halt irgendwie halt unsere stärke ich weiß noch nicht ganz weiß noch nicht wie aber mal gucken entweder das ist die eigene stärke was ich eher vermute oder naja hier ist ein weg warum ist hier ein weg komm attacke hier sollte ich vorsichtig sein oh ähm .. .. hallo .. .. .. .. .. .. .. .. .. Da sind welche. Na? Na komm, fertig, schaffst du es doch noch. Alter, das sieht einfach... Mal gucken, wenn wir da oben sind. Ich weiß nicht, ob wir es mit dem Pferd schaffen komplett. Das sind doch halt... So. Na, wir schaffen es glaube ich nicht ganz, aber... den Größteil schaffen wir. Den Größteil schaffen wir es auf jeden Fall. Aber wir müssen dann auf jeden Fall da hoch. Mal gucken, was wir da alles finden. Hallo Herr Fuchs, was geht? Kann auf jeden Fall durchs Wasser gehen, das ist schon mal gut. Na, ich glaube, ab hier müssen wir... Ne, wir müssen noch nicht laufen. Es war jetzt nicht so spannend, aber... gehört auch dazu. Ich glaube, wir werden doch viel mit... viel Weg mit dem Pferd machen. Oh, ein neuer Ort entdeckt. Wir sehen uns. Ab hoch. Mal gucken, wie schnell ich nach oben komme. Also... Also, die Axt, die ich ja, ähm... glaube, in letzter Folge benutzt habe, die war eigentlich relativ... äh... cool, aber... bin mal gespannt, wie diese... äh... ähm... Waffe ist halt... ist nix zu holen... außer... Truppen dann... Leder... und Eisen haben wir gekriegt. Auch relativ gut, dann können wir wieder Sachen verbessern. So... Nein, die Wikinger sind halt bekannt halt dafür, dass sie halt sehr gut klettern können. Alter... Allein diese Aussicht... SYNCHRO abgeschlossen. Jetzt haben wir das gesynchrot. Verlastendes Lager. Was ist das? Nein. Ach. Hier unten war auf jeden Fall sind Aulas Sachen. Könnten wir hingehen. Da ist unser Schiff. Können wir sogar Schnellreise machen. Machen wir aber gleich. Ich würde sagen... mit diesem schönen Ausblick... war es das jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Und tschau tschau.